Hi, mein Name ist Miriam und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miriam Kalwasch Fotografie. Hier lernst du Bilder im Feinart-Stil zu erstellen und auch zu bearbeiten. Du wirst das Geheimnis entschlüsseln, wie du Licht richtig lesen kannst und wie du auch endlich diese hellen und zarten Porträts selber fotografieren kannst, die du bei anderen so schön findest. Ich selbst bin Feinart-Hochzeits- und Porträtsfotografin aus Berlin und mein Bildstil hat mich schon bis nach Paris oder auch Venedig geführt. Wenn du Bilder mit Wiedererkennungswert haben willst, also dass Leute sagen, ich habe gewusst, dass das deine Bilder sind, noch bevor ich deinen Namen gesehen habe, dann bist du hier genau richtig. In meinen Videos geht es um Fotografie im Allgemeinen, das heißt, du wirst lernen, mit deiner Kamera umzugehen, das Licht richtig zu lesen und vor allen Dingen auch deine Bilder zu bearbeiten. Außerdem nehme ich dich mit auf Live-Foto-Sessions, das heißt, du wirst bei mir sehen, wie ich eine Fotosession angehe und du wirst vor allen Dingen lernen, wie du durch gezieltes Posing deine Paare oder Models in Szene setzen kannst. Und natürlich bekommst du von mir Tipps und Tricks, wie du auch in deinem Fotografie-Business so richtig durchstarten kannst. Klicke jetzt auf den Subscribe-Button, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn auch du ein Teil der MK Community wirst.